Mauro Jörg, heute ein Goal, am Samstag ein Goal im Goebb. Amossiert er beim neuen Klub plötzlich zum Topscorer? Es läuft gerade gut. Ich fühle mich sehr wohl in der Linie. Ich denke, wir haben einen defensiven und guten Job gemacht. Und wenn wir die Chance haben, offensiv etwas zu machen, wollen wir es sicher warnen. Es sind gerade zwei reingehalt. Das ist natürlich sehr cool. Vorher, vor einigen Monaten, ist es weniger gut gelaufen, als er noch bei Lausanne war. Erzähl doch, was das alles bewirkt hat, der Wechsel von Lausanne zu Fribourg. Ja, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es kommt sicher vieles damit rein. Aber ich bin sicher sehr, sehr froh, dass ich in dieser Situation so einen Klub gefunden habe wie Fribourg, dass ich jetzt da bin. Darüber bin ich sehr glücklich. Wie gesagt, in dieser Linie und allgemein im Team fühle ich mich sehr wohl. Und ich bin einfach froh, wieder Hocke spielen zu können. Und ich möchte sicher das Beste daraus machen. Danke vielmals. Danke.